Und da sind wir wieder. Willkommen zurück nach der Pause. Ich hoffe, diese kleine Kunstausstellung hat Ihnen gefallen. Da wird sicher im Rahmen der nächsten Wochen noch einiges an Material dazukommen, das ich Ihnen gerne auch zeigen werde. Wir setzen fort mit dem Thema Theorie zur Entstehung des Kano-Witsch-Verfahrens und schauen uns mal kurz an, was wir in den Minuten vorher gemacht haben. Wie haben wir uns mit der Elimination von logischen Renundanzen aus der kanonischen Darstellung unserer Mehrheitsentscheiderfunktion befasst? Wir sind ausgegangen von unserer kanonischen Darstellung in disjunktiver Normalform, haben die Nachbarschaften erkannt, brauchten dazu das Idempotenzgesetz, um von dem Term x1, x2, x3 noch weitere Instanzen hinzuzuschreiben. Das ändert die Logikfunktion insgesamt nicht. Dann konnten wir paarweise Nachbarschaften identifizieren und hierzu Gruppen zusammenstellen. Aus jeder Nachbarschaft konnten wir die Nachbarschaft definierenden Term eliminieren und kommen am Ende zu der minimierten Logikfunktion, mit der wir dieselbe Funktion, wie hier oben in kanonischer Form dargestellt ist, in viel einfacherer Form realisieren können als Schaltplan. So, das war ein mühsamer Weg. Der Kerl hier ist schon am Schwitzen. Ich bin es auch. Und da stellen wir uns die Frage, geht das denn nicht auch einfacher, ohne dass wir hier ständig solche Taschenspielertricks ziehen müssen? Und das ist die Motivation dafür, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie man denn das zugrunde liegende Verfahren in einer vereinfachten Form möglichst grafisch darstellen kann, sodass wir das Erkennen von solchen Zusammenhängen, Nachbarschaften und vielleicht auch die Mehrfachverwendung von Termen gemäß Idempotenzgesetz, wie wir das leichter visuell erfassen können. Dazu machen wir es uns zunächst nochmal schwer, indem wir uns mal die Min-Terme von vier Variablen anschauen und jetzt mal gucken, wie würde denn eine kanonische disjunktive Normalfarm aussehen, wenn wir jetzt mehrere Min-Terme zu verarbeiten hätten. Ich nehme jetzt hier Min-Terme von vier Variablen, gerade eben hatten wir drei, jetzt nehmen wir vier Variablen her, weil das die Größe ist, mit der wir nachher mit dem Kano-Verfahren arbeiten werden und mit der wir es auch ableiten werden. So und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten folgende Situation, in unserer Funktion wären einige Min-Terme vertreten, z.B. diese vier her und wir müssten jetzt Nachbarschaften finden zwischen diesen Min-Termen. So, wenn wir unsere Min-Terme in dieser tabellarischen Form in Abhängigkeit von den Eingangsbelegungen I gleich 0 bis 15 darstellen werden, dann wäre es ganz, ganz schwierig, aus dieser linearen tabellarischen Darstellung die Nachbarschaften zu identifizieren. Also es ist z.B. so, x1 quer, x2 quer, x3 quer, x4 quer, das ist der Min-Term, der zur Belegung 0000 gehört. Der Wert z.B. benachbart mit diesem hier an der Stelle Nummer 4, weil er sich nur in der Variablen x2 unterscheidet. So, und haben wir noch irgendwelche Nachbarschaften? So, jetzt müssen wir suchen und dieses Suchen, das fällt uns im Einzelfall halt furchtbar schwer. Ja, also eine solche tabellarische Anordnung von Min-Termen ist für das Suchen von Nachbarschaften visuell gesehen sicher keine besonders gute Idee. Dasselbe gilt für Max-Terme. Der einzige Unterschied zwischen Min-Termen und Max-Termen ist ja nur die Polarität der Variablen für die jeweiligen Belegungen und die Tatsache, dass wir halt Oder-Verknüpfung statt Unverknüpfung verwenden. Ansonsten ist die tabellarische Darstellung vom Prinzip her aber völlig identisch zu den Min-Termen. Und auch da hätten wir das Problem, dass wir Nachbarschaften zwischen einzelnen Min-Termen in dieser tabellarischen Darstellung nicht wirklich leicht identifizieren können. Lassen Sie uns also diesen Umstand, dass die tabellarische Darstellung visuell nicht geeignet ist, mal als Grundlage nebendrüber nachzudenken, wie man denn eine besser geeignete Darstellung finden könnte, in der Nachbarschaften von Min-Termen unmittelbar zu erkennen sind. Gehen wir nochmal zurück auf diese Folie hier und überlegen uns mal, wie könnte man denn die Min-Terme in grafischer Darstellung so anordnen, dass die Nachbarschaften ins Auge springen. Indem wir diese Darstellung schon so machen, dass sie so konstruiert ist, dass sie aus Nachbarschaften besteht, dass die Nachbarschaften ersichtlich sind. Und wir machen mal folgendes, wir versuchen mal sozusagen mit diesem Term hier unten rechts, x1, x2, x3, x4 mal anzufangen, diesen Term mal hinzuschreiben und mal die Nachbarschaften zu diesem Term in grafischer Darstellung so aufzulisten, dass sie unmittelbar ersichtlich sind. Und dazu schreiben wir mal ein x1, x2, x3, x4 in die Mitte von unserem Blatt. Und jetzt überlegen wir uns mal, was können wir denn tun, um die Nachbarschaft klar herauszustellen, die zu diesem Term gehört. Erstmal, wie viele benachbarte Terme kann ein solcher Term von vier Variablen eigentlich haben? Na, vier, weil jede Variable sich zu einem entsprechenden Nachbarn in genau einer Polarität unterscheiden kann. Also wir könnten x1 negieren, x2, x3, x4 negieren. Das heißt, es gibt vier potenzielle Nachbarschaftskandidaten hier. So, und vier Nachbarschaftskandidaten können wir doch in der Ebene, die ich jetzt hier aufgespannt habe, doch einmal in geeigneter Form um diesen Term herumgruppieren. Machen wir mal das so, dass wir nach links die Variable x1 negieren. Also hier kommt x1 quer in diese Richtung hin. Das bedeutet, der Nachbarschaftsterm, den wir auf die linke Seite schreiben müssen, ist x1 quer, x2, x3, x4. Also diese beiden Terme sind benachbart in der Variable x1. So, und nach rechts negieren wir mal die Variable x2. Da schreiben wir hin, als weiteren Nachbarschaftsterm x1, x2 quer, x3, x4. Und jetzt machen wir das Ganze auch nochmal nach oben. Nach oben werden wir x3 negieren. Und schreiben wir also hin, x1, x2, x3 quer, x4. Und nach unten negieren wir x4. Und da kommt der vierte Nachbar hin, x1, x2, x3, x4 quer. Also das zur Grundidee. Wir nehmen unseren Term mit dem Index 15 her, x1, x2, x3, x4, und gruppieren alle vier Nachbarn in grafischer Form einmal rundherum um diesen Term. Dabei muss es ja nicht bleiben. Wir haben ja jetzt praktisch eine Saat gesetzt. Und jetzt werden wir das Pflänzchen mal weiter züchten und wachsen lassen. Und um diese Nachbarschaften erster Stufe nun wiederum deren Nachbarschaften geeignet anordnen. Das heißt, wir werden mal von da nach da x3 negieren. Jetzt hat es keinen Sinn, von da nach da wieder x3 zu negieren, denn sonst wären wir wieder bei dem x3 hier unten angekommen. So, machen wir mal sozusagen von oben nach unten x3, x4 im Wechsel negieren. Und von links nach rechts x1, x2 im Wechsel negieren, sodass wir am Ende zu allen Kombinationen kommen, die diese vier Variablen in ihren verschiedenen Polaritäten hergeben. Und das habe ich Ihnen hier jetzt mal dargestellt auf den folgenden Folien. Das ist der Schritt, den wir gerade gemacht haben. Wir werden also mal versuchen, ausgehend von x1, x2, x3, x4, gerade wie gezeigt, diese vier Nachbarschaften grafisch anzuordnen. Und jetzt nehmen wir uns jeden einzelnen Term hierher und werden in einer zweiten Welle die jeweiligen Nachbarschaften hinzufügen, die zu diesen ersten Nachbarschaften gehören. Das sieht dann so aus. Also die Welle breitet sich jetzt aus vom Stein, den wir mal einmal in die Mitte vom See geworfen haben. So, gucken wir mal, was hier passiert. Hier haben wir jetzt x3, x3 quer. Und jetzt machen wir in diese Richtung, sozusagen x4 quer hinzu. Dann sehen wir, sozusagen, dieser Term hier ist benachbart zu diesem. Und von rechts nach links, wenn wir wechselweise, also in horizontaler Richtung, x1 und x2 negieren. Also x1, hier haben wir x1 quer, jetzt negieren wir x2 dazu. x1, x2 quer, x3, x4. Sodass wir jetzt praktisch drei sukzessive Nachbarschaften in horizontaler Richtung abgebildet haben. Und nach rechts genauso. x2, x2 quer, jetzt x1 negiert, x1 quer. Das heißt, dieser Term ist benachbart zu diesem. Und jetzt stellen wir auch fest, wenn wir diese Regeln weiter befolgen, dass die Nachbarschaften sozusagen von rechts nach links und von oben nach unten gelten. Also hier von x1, x2 gehen wir nach rechts. Negation von x2, also diese beiden sind benachbart. Hier gehen wir von x4 nach x4 quer. Diese beiden sind benachbart. Und jetzt stellen wir mal hier fest, von x4 nach rechts, dort haben wir gesagt, einen nach rechts negieren, weil x2 quer negiert. Führt also dazu, dass diese beiden Terme benachbart sind. Aber die beiden von oben nach unten sind es jetzt auch. Also x2 haben wir nach rechts negiert. Das gilt für diesen Term und für diesen. So, und hier haben wir x4 und nach unten x4 quer. Also die Nachbarschaften gelten jeweils von Feld zu Feld. Jedes mit einem anderen Feld benachbarte Feld ist auch jetzt im Buhlschen Sinne hier ein Nachbar. Das können wir jetzt, wenn wir wollen, ad infinitum treiben. Machen wir die nächste Wellenstufe oben drauf, auf der nächsten Folie. Wir setzen das fort. Nachbarschaften dritter Stufe. Sie können das jetzt gerne einzeln nachrechnen. Alle benachbarten Felder enthalten auch Nachbarn im Buhlschen Sinne. Und dann machen wir eine vierte Stufe oben drauf. Und meins wegen auch noch eine fünfte. Und dann haben wir immer noch ein Fleckchen dort oben rechts in der Ecke, was nicht gefüllt ist. Dann machen wir gerne auch noch mal die. Und jetzt haben wir unsere Folie voll mit lauter Termen, bei denen wir ausgehend von diesem Anfangspunkt x1, x2, x3, x4 in alle Richtungen von Feld zu Feld jeweils benachbarte Min-Terme stehen haben. Oh, wie viele Min-Terme gab es denn? Gehen wir doch noch mal zurück auf die Folie. Also, Welle einmal zurücklaufen lassen. Dann die Min-Terme. Davon hatten wir ja insgesamt 16 Stück, nummeriert von 0 bis 15 hier. Mehr Min-Terme gibt es nicht, denn wir haben ja mit vier Variablen gerade 16 Möglichkeiten, die mit Nullen und Einsen zu belegen. Also gibt es genau dazu 16 entsprechende Min-Terme. Was nun? Wenn wir so eine große Folie erstellt haben gerade eben, da waren sicher mehr als 16 Min-Terme drauf, in dem die Welle einmal hier komplett durchgelaufen ist. Wenn es also 16 Min-Terme insgesamt gibt, aber hier haben wir so 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind insgesamt 36 verschiedene, oder 36 Felder, die hier dargestellt sind. Die können ja nicht alle verschieden sein, weil es ja nur 16 Min-Terme gibt. Dann schauen wir mal hier, was passiert. Wir haben hier x1, x2, x3, x4. Gehen wir nach links, einmal nach links, 2 nach links und hier 2 nach rechts. Das sehen wir hier. Hier steht x1 quer, x2 quer, x3, x4. Und den selben Term, den finden wir hier aber wieder. Also ganz offensichtlich wiederholt sich diese Tabelle periodisch nach jeweils 4 Elementen. Also hier haben wir Ausgangspunkt und weiter 1, 2, 3, 4. Dort haben wir wieder denselben Term. Oder fangen wir mal hier an. Hier haben wir x1 quer, x2, x3 quer, x4. Gehen wir mal 4 nach oben. 1, 2, 3, 4. Ja, da ist wieder derselbe Term. Also diese Tabelle wiederholt sich periodisch mit der Periode 4. So, müssen wir jetzt diese ganze Tabelle ad infinitum ausdehnen? Nein, es reicht ja, wenn wir uns eine Periode der Tabelle betrachten. Das heißt, wir haben eine translatorische Symmetrie aufgrund der Konstruktionsweise in dieser Tabelle, die uns dazu führt, dass wir hier mal ein 4 mal 4 Feld ausschneiden können, mit dem wir jetzt die Wand tapezieren können. Also das können wir kacheln, nach rechts, nach links, nach oben und nach unten. Und es wird uns immer diese Periodizität der Tabelle widerspiegeln. Und in einer Kachel dieser Tabelle enthalten wir alle 16 verschiedenen Min-Terme von 4 Variablen, die wir hier abgebildet haben. So, das ist jetzt auch eine tabellarische Form der Darstellung der Min-Terme, aber in viel geeigneter Form, um Nachbarschaften erkennen zu können. Sagen Sie mir irgendeinen Term, meinst du wegen den? Und ich gucke auf die Tabelle und sehe sofort, welche Nachbarschaften dieser Term hat. Diesen Term nämlich, diesen Term, diesen Term und diesen. Rechts, links, oben, unten. Aber aufpassen, bitte nicht diagonal. Diagonal haben wir immer einen Unterschied in zwei Variablen. Also hier haben wir x1 quer, x2, x3 quer, x4. Und hier sehen wir x1, x2, x3 quer, x4 quer. Hier haben wir den Unterschied in x4 quer und in x1. Also die Nachbarschaften gelten nur in vertikaler und in horizontaler Richtung, aber niemals in diagonaler Richtung. Was nützt uns das Ganze jetzt? Ja, wir werden diese grafische Darstellung der Nachbarschaften jetzt mal nutzen, um eine Schaltfunktion zu minimieren, indem wir die kanonische disjunktive Normalform mal grafisch darstellen. Machen wir das am Beispiel hier. Wir nehmen eine Wahrheitstabelle einer Schaltfunktion mit vier Variablen. So, das ist jetzt irgendein Beispiel, was ich Ihnen gebe. Okay, wir werden später sehen, das geht mit jeder beliebigen Schaltfunktion. Wir nehmen erst mal die hier. Sei also eine Funktion von den vier Variablen x1 bis x4, die enthalte an den Stellen 3, 4, 5, 6, 7, sowie 11 und 13, jeweils eine 1, ansonsten 0. So, mit den bereits bekannten Verfahren können wir jetzt die kanonische disjunktive Normalform dieser Schaltfunktion realisieren. Dazu müssen wir an diesen Stellen 3, 4, 5, 6, 7, 11 und 13 die korrespondierenden Min-Terme hinschreiben und in Oder-Verknüpfung bringen. Können Sie gerne zu Hause nochmal üben, das hier nachvollziehen. Wir erhalten eine kanonische disjunktive Normalform mit insgesamt sieben Min-Termen, die ich hier in der Reihenfolge mal aufgeschrieben habe. Wenn Sie jetzt den Auftrag bekommen, diese Funktion zu minimieren, dann können Sie genauso vorgehen, wie wir das eingangs gemacht haben. Das heißt, Sie können paarweise versuchen, hier Nachbarschaften zu erkennen, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme des I-Dem-Potenz-Gesetzes, dann aus den Nachbarschaften Terme ausklammern, Redundanzen eliminieren und dann kommen Sie zu einer vereinfachten, minimierten Form dieser Funktion. Wir werden das jetzt mal mit unserem grafischen Verfahren machen. Anstatt, dass wir auf algebraischem Wege nach Nachbarschaften suchen, werden wir mal alle diese sieben Min-Terme markieren in einer Kachel von unserer periodischen Min-Term-Nachbarschaftstabelle. Das sieht dann so aus. Ich habe jetzt mal die an der gerade gezeigten kanonischen disjunktiven Normalform beteiligten Min-Terme jetzt durch blauen Hintergrund farblich herausgehoben. Das sind jetzt also genau dieselben sieben Stück, die in einer Periode auftauchen. Natürlich, wenn ich das Ganze in einer Kachel markiere und ich habe meine Wand mit diesen Tabellen gekachelt, dann erscheinen natürlich dieselben markierten Min-Terme auch in den benachbarten Kacheln, was wir im Prinzip beliebig fortsetzen könnten. Wichtig ist dabei zu beachten, dass zwischen dem Ende einer Kachel und dem Anfang der nächsten natürlich auch wieder eine periodische Nachbarschaft besteht. Das werden wir nachher beim Karno-Verfahren nutzen. Gucken Sie sich mal an hier. x1 quer, x2, x3 quer, x4. Auch dieser Term ist über die Kachelgrenze natürlich zu dem oben angrenzenden Term verbunden. x1 quer, x2, x3, x4 quer. Das heißt, hier ist die Nachbarschaft definierende Variable das x3. Und das liegt mit daran, dass ich die Lage dieser Kachel ja frei bestimmen kann. Ich muss sie nicht in diesem 4x4-Feld hier legen. Ich hätte sie zum Beispiel auch in diesem 4x4-Feld hier legen können. Also die Tabelle ist periodisch, aber wo ich die Periode ansetze, wo die Periode startet und wo sie endet, ist jetzt einfach meine Wahl. Es gibt in jedem Fall immer dasselbe Ergebnis, nur dass die Kachelfugen ein bisschen verschoben sein können. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt versuchen wir das Ganze ein bisschen übersichtiger zu gestalten, indem wir aus dieser Kacheldarstellung Kacheldarstellung mit den markierten an der DNF-beteiligten MinTerm, indem wir mal alles das rauswerfen an MinTerm, was wir nicht brauchen. Also alles das, was weiß geblieben ist, kommt raus, zack. Und dann haben wir ausschließlich noch die hier verbauten MinTerme drinstehen. Und jetzt wollen wir eine Möglichkeit finden, wie wir Nachbarschaften erkennen und aus den Nachbarschaften die entsprechenden Redundanzen herauswerfen. Das ist eigentlich jetzt ganz einfach. Wir wissen ja, zwischen jeweils zwei Termen, die benachbart in der zweidimensionalen Darstellung aufgelistet sind, besteht eine Buhlsche Nachbarschaft. Also können wir jeweils zwei benachbarte Terme einfach mal einkreisen und damit die korrespondierende Nachbarschaft und den daraus entstehenden minimierbaren Termen herausstellen. Das mache ich auf der nächsten Folie. Also hier, ich nehme mal einfach jeweils zwei Terme und umkreise mal den ersten mit roter Farbe. Dann nehme ich hier zweite Nachbarschaft, umkreise zwei Terme, mache eine blaue Umrandung daraus. So, und dann sehen wir, jetzt haben wir hier an der Kante unserer Kachel, dort haben wir einen Term stehen, der mit einem Term benachbart ist, der die Kachelgrenze überschreitet. Das macht aber nichts. Wir haben ja eine periodische Darstellung. Das heißt, wenn ich hier anfange, diese Nachbarschaft gelb zu markieren, dann müssen Sie sich vorstellen, dass das Ganze periodisch fortgesetzt wird. Also alle Elemente auf meiner ganzen Kachelfläche hier gleichzeitig markiert werden. Das heißt, wenn ich hier meinen gelben Kreis ziehe, dann erscheint er gleichzeitig hier hinten. Das bedeutet, ich kann mir auch diese Kachel vorstellen, als wäre sie sozusagen ein aufgeschnittener Teil einer Rolle. Ich könnte also diese Kachel hier herausschneiden. Und da kann ich mir das vorstellen, sozusagen als so eine Klopapierrolle, die ich am Ende wieder zusammenklebe und so drehen kann, sodass ich die Kachel einmal auf meiner Rolle abgebildet habe und sie praktisch periodisch unendlich durch Drehen fortsetzen kann. Also alles, was über die Kanten hinausgeht, setzt sich periodisch fort und erscheint gleichzeitig, während ich hier zeichne, auf der linken Seite über die Kachelgrenze auf der anderen Seite fortgesetzt. So, jetzt kommt noch was Spezielles hinzu. Wie war das mit dem Idenpotenzgesetz? Gegebenenfalls brauchen wir zusätzliche Instanzen von bereits verwendeten Termen in solchen Nachbarschaften, um noch bestehende Nachbarschaften zu erkennen und aufzulösen. Und dieser Fall ergibt sich hier. Schauen Sie sich diese gestrichelte Linie mal an. Hier haben wir ja diese Terme x1-quer, x2, x3-quer, x4-quer und x1-quer, x2, x3-quer, x4 bereits für diese rote Nachbarschaft hier verwendet. Aber wir stellen auch fest, dieser Term x1, x2, x3-quer, x4, der ist ja auch benachbart zu diesem unteren Term aus der roten Nachbarschaft. Ist der untere Term aus der roten Nachbarschaft dann schon verbraten? Wir können ihn ja gemäß Idenpotenzgesetz nochmal dazuschreiben. Und grafisch betrachtet heißt das nichts anderes, als dass wir einen solchen Term innerhalb eines solchen Einkreisverfahrens hier mehrfach verwenden dürfen. Da hindert uns keiner dran. Dieses Mehrfacheinkreisen bedeutet gemäß Idenpotenzgesetz einfach ein weiteres Hinzuschreiben dieses Terms und dementsprechend eine Zusammenfassung in der hier grün gestrichelten Nachbarschaft. Jetzt haben wir paarweise Nachbarschaften von Termen in unserer Funktion gefunden. Das können wir jetzt damit machen im Sinne einer Minimierung. Wir können jetzt aus jeder Nachbarschaft die Nachbarschaftsvariable eliminieren. Wir wissen ja, dass wir bei einer Nachbarschaft hier definiert durch x4 diese beiden Terme zusammenfassen können zu einem Term, der x4 nicht mehr enthält, sondern nur noch den Rest, den identischen Rest dieser beiden Terme. Also zusammengefasst, x4 quer und x4 eliminiert, ergibt sich aus dieser Nachbarschaft der verbleibende Term x1 quer, x2, x3 quer. Und aus dieser Nachbarschaft, dort haben wir ebenfalls Nachbarschaft in x4, dort ergibt sich der verbleibende Gesamtterm x1 quer, x2, x3. Im grünen Fall wird die Nachbarschaft definiert durch die Variable x1. Also zusammengefasst, die beiden grünen gestrichelten Terme, ergibt sich x2, x3 quer, x4. Und hier gelb zusammengefasst, dort wird die Nachbarschaft definiert durch x1. Dort ergibt sich als Rest x2 quer, x3 und x4. Das finden wir auf der nächsten Folie. Einmal die Nachbarschaften zusammengefasst und da sieht das Bild schon wieder aufgeräumter aus. Also, wir haben alle benachbarten Terme um ihre jeweiligen Redundanzen, also die Nachbarschaft definierten Variablen, befreit und es verbleiben als Summe nur noch diese Terme, die hier sozusagen als verbindende Terme der Nachbarschaft übrig bleiben. Um weiterzumachen, brauchen wir jetzt einige Definitionen. Erstmal, wie heißen diese Terme, die sich aus der Elimination der Redundanzen einer Nachbarschaft ergeben? Und was machen wir damit? Wie müssen wir diese Nachbarschaften jetzt sinnvollerweise darstellen und wählen und auch weiterführen, um daraus eine minimierte Funktion für diese kanonische Normalform abzuleiten? Kommen wir zunächst zu dem Begriff des Implikanten. Wenn wir zwei Nachbarn markieren, hier in der roten Farbe, in der Tabelle und zusammenfassen, dann nennt sich dieser zusammengefasste Term der sogenannte Implikant dieser Nachbarschaft. Der Implikant ist der Term, der verbleibt, wenn wir die die Nachbarschaft definierende Variable aus diesen beiden Min-Termen eliminieren. Und mit Hilfe dieser Implikanten können wir zunächst eine vereinfachte Form unserer disjunktiven Normalform erstellen aus der gerade gezeigten grafischen Darstellung. Wir nehmen uns diese Darstellung her und schauen uns mal alle farbig markierten Blöcke an und schreiben mal jetzt die Implikanten in disjunktiver Form auf. Das heißt, wir schreiben eine Oder-Verknüpfung hin von allen Implikanten, insgesamt vier, also rot, blau, grün und gelb. Bedenken Sie, das Gelbe müssen wir nicht zweimal hinschreiben. Das zweimal ergibt sich nur aus der Periodizität der Tabelle und gemäß I-Dempotenzgesetz reicht es, wenn wir das Ganze einmal hinschreiben, auch wenn es zweimal in dieser grafischen Darstellung auftaucht. So, jetzt schreiben wir auf, die Disjunktion aller Implikanten ohne die periodischen Wiederholungen ergibt jetzt eine erste vereinfachte disjunktive Normalform, nicht mehr die kanonische Form, aber eine vereinfachte disjunktive Normalform unserer gesuchten Funktion f mit insgesamt nur noch vier Termen. Erinnern Sie sich daran, vorher hatten wir sieben, jetzt haben wir nur noch vier Terme, die jeweils nur noch drei Variablen enthalten. Okay, jetzt können wir meinen, damit sind wir fertig. Sind wir aber nicht, dann schauen Sie jetzt mal genau hin. Was passiert denn, wenn wir uns diese beiden ersten Blöcke rot und blau anschauen? Dann stellen wir ja fest, auch die sind wieder benachbart. Hier steht x1 quer x2 x3 und hier x1 quer x2 x3 und der Unterschied zwischen diesen beiden Termen besteht nur in der Negation der Variablen x3. Also offensichtlich gibt es auch so etwas wie Nachbarn höherer Stufe, in dem Fall zweiter Stufe, wenn wir die ersten Nachbarschaftsverhältnisse eliminiert haben. Dann können wir schauen, ob auf der Ebene oben drüber weitere Nachbarschaftsverhältnisse bestehen. und die Konsequenz daraus, die wir ziehen können, ist, wenn sich zwei Nachbarschaftsblöcke gleicher Form gleicher Form heißt, sie müssen praktisch spiegelbildlich aufeinander abbildbar sein. Diese rote Form hier, die kann ich jetzt an dieser Spiegelachse hier, dieser Spiegelachse hier, könnte ich sie nach unten klappen, auf die blaue, dann habe ich eine Nachbarschaftsbeziehung gleicher Form die spiegelbar ist von rot auf blau. Wenn das der Fall ist, also sich zwei Blöcke gleicher Form eine vollständige Kante teilen, eine Spiegelachse, so bilden sie neue Nachbarn zweiter Ordnung und jedenfalls auch dritter Ordnung und so weiter, die wiederum zusammengefasst werden können, womit wiederum Redundanzen, nämlich diese hier im Fall von x3 eliminiert werden können. Das heißt, wir gucken uns in unserem Diagramm von gerade eben nochmal diese Nachbarschaften zweiter Ordnung an. Hier hatten wir rot und blau festgestellt, die lassen sich entlang dieser Spiegelachse aufeinander klappen. Das heißt, wir können im Sinne einer Nachbarschaft zweiter Ordnung jetzt dieses rote und das blaue Feld zusammenfassen zu diesem Feld, was jetzt schwarz gestrichelt ist. Und dann sehen wir, dass wir aus dieser Nachbarschaft die Variable x3 eliminieren können. Bei den anderen Feldern, die ich jetzt hier grau markiert habe, gibt es keine solchen Spiegelachsen und benachbarte Felder, die wir aufeinander klappen könnten. Dementsprechend können wir diese Operation nicht machen. Im Endeffekt erhalten wir jetzt diesen hier dargestellten Endausbau von unserem Nachbarschaftsdiagramm. Die beiden Terme gelb und grün bleiben, wie sie sind, mangels weiterer Nachbarn höherer Ordnung, auf die wir spiegeln könnten, während das schwarze Feld noch weiter um die Variable x3 reduziert ist, aus der Nachbarschaft zweiter Ordnung. Wieder eine Definition, die jetzt kommt. Und zwar die Definition der Primblöcke und der Primimplikanten. Was ein Implikant ist, das hat man gerade kennengelernt. Das ist das Ergebnis der Verschmelzung zweier Blöcke zu einem Term, der von Redundanzen befreit ist. So, besitzt ein Block, ein Nachbarschaftsblock, keine Nachbarn, mit denen er weiter verschmolzen werden kann, so nennen wir ihn ein Primblock. Nochmal zurück zu dem, was wir hier gerade hatten. Der rote und der blaue Block sind kein Primblock, weil sie entlang dieser Spiegelachse klappbar sind und damit miteinander verschmolzen werden können. Der Block und dieser Block sind Primblöcke, weil es keine solchen Nachbarn höherer Ordnung mehr gibt. Also, keine Nachbarn, mit denen eine Verschmelzung möglich ist, dann heißt der Block ein Primblock und dementsprechend heißt der Implikant, also die resultierende von Redundanzen befreite Funktion, die zu diesem Block gehört, Primimplikant. Jetzt muss man eine ganz wichtige Beobachtung treffen, die später zur korrekten Ausführung des Karno-Logik-Minimierungsverfahrens wichtig ist. Ein Primblock, der aus einer Zusammenfassung von Nachbarn-Karten-Grades, also ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades entstanden ist, ist in Konsequenz der Tatsache, dass er aus Klappung, Spiegelung entsteht, immer rechteckig oder quadratisch und umfasst immer eine Zweierpotenz an Feldern. Es ist nur möglich, dass ein Primblock ein Feld, zwei Felder, vier Felder, acht Felder oder 16 Felder umfasst innerhalb von Möglichkeiten, die wir mit vier Variablen haben, aber es ist niemals möglich, dass wir zum Beispiel drei oder fünf oder sieben Felder drin haben. Diese Konsequenz mit diesen Zweierpotenzen ergibt sich eben aus dem sukzessive Klappen. Durch das Klappen verdoppelt sich immer die Anzahl der in dem Primblock enthaltenen Felder und dementsprechend kann es also nie eine andere Zahl sein als eine Zweierpotenz. Aus den Primblöcken leiten wir noch ab die Definition eines sogenannten Kernprimblocks. Ein Primblock, der nicht vollständig durch andere Primblöcke überdeckt werden kann in unserem Diagramm, den bezeichnen wir als Kernprimblock und dementsprechend heißt der Implikant eines Kernprimblocks logischerweise Kernprimimplikant. Und Konsequenz ist, ein Kernprimblock umfasst mindestens einen Minterm, der in keinem anderen Primblock auf unserem Diagramm enthalten ist. Gehen wir nochmal zurück jetzt zu unserer letzten Darstellung. Diese Blöcke hier, die wir dargestellt haben, sind jetzt alle Kernprimblöcke. Warum Kernprimblöcke? Sind zunächst einmal Primblöcke, weil es keine weiteren Nachbarschaftsverhältnisse gibt zwischen solchen zusammengefassten Blöcken, wo wir weiter aufeinander klappen und spiegeln könnten. Also Kernprimblöcke, also es sind Primblöcke, weil es keine weiteren Spiegelmöglichkeiten gibt, aber es sind auch alles sogenannte Kernprimblöcke, weil keiner dieser Blöcke, weder grün, weder schwarz noch gelb, von anderen Primblöcken überdeckt sind, also komplett überdeckt sind. Und woran merken wir das? Ja, in jedem dieser Blöcke gibt es mindestens ein Feld von unseren 16 Feldern, was ganz privat ist zu dem jeweiligen Block. Also der grüne Block hat dieses Feld als privates Feld. Das wird von keinem der gelben oder schwarzen Blöcke überdeckt. Hier bei dem gelben Block haben wir dieses und dieses Feld als private Felder. Die sind auch nicht von anderen Blöcken überdeckt. Und beim schwarzen, der hat sogar drei private Felder, die von keinem anderen Block überdeckt sind. Und wenn es mindestens ein solches Feld gibt pro Primblock, dann sprechen wir von einem Kernprimblock. Mithilfe dieser Kernprimblöcke und Kernprimimplikanten können wir jetzt die sogenannte disjunktive Minimalform unserer gesuchten Funktion hinschreiben. Die Minimalform ist also die am stärksten reduzierte Form, aus der alle Redundanzen entnommen worden sind, mithilfe der Buhl'schen Elimination. Und die ergibt sich einfach durch die Oder-Verknüpfung aller Kernprimimplikanten. Wenn es also keine weiteren Möglichkeiten gibt, in diesen Feldern irgendetwas zusammenzufassen, dann bilden die Implikanten der verbleibenden Blöcke in Oder-Verknüpfung genau die minimale Form der gesuchten Schaltfunktion f. Also was müssen wir machen, um hier die disjunktive Minimalform zu bekommen? Wir müssen nichts anderes tun, als x1 quer x2 oder x2 x3 quer x4 oder x2 quer x3 x4 zu bilden und fertig. Da haben wir unsere disjunktive Minimalform. Und das habe ich hier mal gemacht auf der nächsten Folie. Existieren also keine Nachbarschaften höherer Ordnung. Das heißt, sind alle verbleibenden Blöcke Primblöcke, dann bildet die Disjunktion, also die Oder-Funktion aller Kernprimimplikanten eine disjunktive Minimalform der Funktion f. Dann entsteht genau diese Funktion her. Und wenn Sie das jetzt mal durchgehen hier und dann so mühsam Sie auch suchen werden, Sie werden keine weiteren benachbarten Terme hier finden. Das heißt, diese Funktion ist im Sinne einer disjunktiven Normalform tatsächlich minimal. Klar, wir können immer noch Dinge ausklammern. Wir können zum Beispiel das x4 hier ausklammern. Dann würden wir aber keine disjunktive Normalform mehr haben, sondern eine mehrstufige Logik, die natürlich auch dasselbe Ergebnis liefert, aber nicht mehr in disjunktiver Normalform vorliegt. Wenn wir mal davon ausgehen, dass unser Ziel ist, hier eine minimale disjunktive Normalform zu erzeugen, dann ist das hier unser Endprodukt nach Elimination aller Nachbarschaftsretundanzen aus der Funktion. Wir hatten zwischendrin mal festgestellt, dass die disjunktive kanonische Normalform ebenso wie die konjunktive kanonische Normalform für jede gegebene Wahrheitstabelle eindeutig ist. Das ist jetzt bei den Minimalformen, die wir auf diesem grafischen Wege erzeugen, nicht mehr zwangsweise der Fall. Wir werden Fälle kennenlernen, in denen sich die Primblöcke mal so und mal so legen lassen und wir trotzdem eine vollständige Überdeckung unserer Min-Therme bekommen und deswegen muss man allgemein festhalten, dass die kanonischen Normalformen im Gegensatz zu den Minimalformen eindeutig sind. Die Minimalformen sind nicht immer eindeutig, da es eben für die Wahl der Primblöcke im Allgemeinen mehrere Möglichkeiten gibt. Wir haben häufig Fälle, in denen es eindeutig ist, aber das ist nicht generell gegeben. So, jetzt kommen wir mal zur Ableitung des Ihnen vielleicht bekannten Kano-Wietsch-Logik-Minimierungsverfahrens. Das Kano-Wietsch-Logik-Minimierungsverfahren ist jetzt genau eine vereinfachte grafische Darstellung von unserer Tabelle, die wir hier kennengelernt haben. Also wir hatten am Anfang mühsam aufgeschrieben sämtliche Min-Therme. Ich gehe nochmal zurück zu der Tabelle in periodischer Form. Diese Tabelle der Min-Therme hatten wir aufgeschrieben. Wir hatten in dieser Min-Therme-Tabelle diejenigen Min-Therme markiert, die zu einer gegebenen Wahrheitstabelle, also einer gesuchten Funktion, gehören. So, wenn wir das jedes Mal so machen würden, ist es wahnsinnig viel Schreibarbeit. Wir gehen jetzt aus dieser zweidimensionalen Darstellung den nächsten Schritt und versuchen mal, diese grafische Darstellung von diesen 4x4 Min-Therme und ihren Nachbarschaften in eine Form zu überführen, wie wir diese einzelnen Min-Therme durch simple Koordinaten adressieren können und aus diesen Koordinatenangaben ablesen können, was für ein Min-Therm dahinter steht, ohne dass wir jedes Mal diese 16 verschiedenen Min-Therme hier tatsächlich aufschreiben müssen. Da machen wir uns ja tot damit. So, und dieses Verfahren von Kano und Wietsch ist jetzt genau basierend auf dem gerade dargelegten ausführlichen Gedanken eine grafische Vereinfachung von dieser Suche nach benachbarten Blöcken. Und das Kano-Verfahren sieht jetzt einfach so aus. Wir haben hier eine 4x4 Darstellung für 4 Min-Therme und in diesem Quadrat hier müssen sich jetzt diese Min-Therme denken, die zu den jeweiligen Variablenbelegungen passen, die hier oben angeordnet sind. Also hier unten, dort in der Mitte, dort steht der Min-Therm, der zu der Variablenbelegung x1, x2 gleich 1, 1 und x3, x4 gleich 1, 1 also zur Variablenbelegung x1, x2 gleich 1 x3 gleich 1 x4 gleich 1 1, 1, 1, 1 gehört. So, dieser Min-Therm ist genau der x1, x2, x3, x4. So, wo war er? Hier war er. Hier ist er. x1, x2, x3, x4. Dessen Variablenbelegung ist 1, 1, 1, 1. Da drüber ist der Min-Therm mit der Belegung 1, 1, 0, 1. Also zurück zur Kano-Tafel. Was hatten wir gerade gesagt? 1, 1, 0, 1. Dieses Feld wollten wir uns anschauen. Hier, x1, x2 1, 1, 0, 1. Also hier ist der Min-Therm x1, x2, x3 quer, x4. Wir haben hier also genau dieselbe Grundidee, die ich Ihnen gerade gezeigt habe mit dieser periodischen Darstellung unserer Min-Therme in zwei Dimensionen hier für vier Variablen in einer vereinfachten Koordinatendarstellung, indem wir einfach hier oben dran schreiben und sagen, welche Variablenbelegungen gehören und sagen, in der jeweiligen Spalte beziehungsweise Zeile hinter den Min-Thermen an der hier markierten oder da markierten Position. Also, dieses jetzt gezeigte grafische Verfahren zur Identifikation von Nachbarschaftsbeziehungen ist genau die theoretische Grundlage für die Minimierung von Schaltfunktionen mithilfe von Kano-Tafeln. Das Ding hier nennt man eine Kano-Tafel und benannt sind sie nach den beiden US-amerikanischen Informatikern Maurice Kano und Edward Veitch, die das so Mitte des letzten Jahrhunderts erfunden haben. Wie funktioniert jetzt dieses Kano-Verfahren auf der Basis von dieser Koordinatendarstellung? Gehen wir kurz die Schritte durch. Das sollten Sie dann also im Rahmen von weiteren Übungen wirklich in Fleisch und Blut übergehen lassen, denn das werden wir ganz intensiv benutzen, um Schaltfunktionen zu minimieren, nicht nur in der Prüfung, sondern natürlich auch für die Praktikumsaufgaben, die dann noch kommen werden. Also Minimierungsverfahren nach Kano und Veitch. Schritt Nummer 1. Wir müssen zunächst die Wahrheitstabelle der zu minimierenden Funktionen in ein KV-Diagramm übertragen, in der Form, wie gerade gezeigt. Schritt Nummer 2. Wir bestimmen eine Menge von Kernprim-Blöcken, die die 1-Menge der gesuchten Funktionen überdeckt. Das heißt, alle Min-Therme, die in der Funktion vertreten werden, jeder Min-Therme realisiert eine 1 unserer Schaltfunktionen, der muss durch Kernprim-Blöcke überdeckt sein und dazu müssen wir sukzessive Nachbarn 1., 2. und 3. Ordnung zusammenfassen, solange bis nichts mehr weiter klappbar und spiegelbar ist und alle 1-Therme, alle Min-Therme in einer Nachbarschaft verbaut sind. Kann natürlich auch mal sein, dass eine 1 frei steht, wir also eine Nachbarschaft Null-Therordnung haben, was so viel heißt wie keine Nachbarschaft vorhanden, dann reden wir in diesem Fall aber ebenfalls von einem Kernprim-Block, weil natürlich der zugehörige Min-Therme in der Funktion vertreten sein muss, auch wenn er nicht minimierbar ist. So, und anschließend, wenn wir diese grafischen Operationen gemacht haben, dann extrahieren wir die disjunktive Minimalform der gesuchten Funktion f durch die Oder-Verknüpfung der Kernprim-Implikanten. So, und das schauen wir uns jetzt nochmal an einem Beispiel an, und zwar genau derselben Funktion, die wir anfangs minimiert haben. Ich blätter nochmal zurück. Wir nehmen uns mal diese Funktion her, die hatten wir gerade ausführlich als Beispiel diskutiert, und jetzt werden wir das Ganze nochmal live auf dem Bildschirm machen, um das Verfahren zu zeigen. Also, wie sieht das aus? Wir nehmen das Kano-Verfahren her, und für die Darstellung des Kano-Verfahrens müssen wir uns zunächst erstmal ein Kano-Diagramm zeichnen. Kano-Diagramm ist eine Tabelle 4x4 mit Koordinatenangaben, die ich Ihnen gleich nochmal im Detail erläutern werde. Zeichnen wir zunächst mal, dass die Tabelle hin und diese Tabelle sieht so aus, ein 4x4 Feld, vielleicht noch ein bisschen gerader, ein 4x4 Feld, dann werden wir hier oben so eine kleine Ecke dran machen und dort die Koordinatenangaben dran schreiben. Und diese Koordinatenangaben werden wir jetzt für die Variablen x1 bis x4 machen. Hier nach rechts ordnen wir x1 und x2 an und hier x3 und x4, das heißt, x1 und x2 gehen in horizontaler Richtung, so hat man das Verfahren abgeleitet mit der Nachbarschaft der Min-Therme und x3 und x4 geht in vertikaler Richtung. Im Endeffekt ist es völlig egal, wo Sie diese Variablen anordnen. Sie können das auch vertauschen, Sie können die auch in beliebiger Reihenfolge hinschreiben, das äußert sich nur in einer Permutation der Zeilen und Spalten auf die Logikfunktion, die Sie am Ende extrahieren, hat das Gott sei Dank keinen Einfluss. So, jetzt brauchen wir die Koordinatenangaben der beteiligten Min-Therme. Und diese Koordinatenangaben sehen so aus, Sie schreiben hier 0,0 hin und da 0,0, das heißt, hier oben links in der Ecke, dort befindet sich der Min-Therm, der zu der Belegung 0,0,0,0 gehört und dieser Min-Therm, der sähe jetzt so aus, dahinter steht x1 quer, x2 quer, x3 quer, x4 quer. Das machen wir für alle Felder unter der Maßgabe, das müssen Sie jetzt berücksichtigen, dass sich von Feld zu Feld ja immer nur eine Variable ändern darf, sonst hätten wir keine Nachbarschaften mehr. Also von links nach rechts schreiben wir hier 0,0, 0,1 hin. So, und jetzt muss man aufpassen, die Nummerierung, die jetzt kommt, darf nicht 1,0 lauten, weil wir sonst eine Belegungsänderung in zwei Variablen x1 und x2 hätten. Nein, hier muss die 1,1 stehen, damit sich nämlich von hier nach da, von Feld zu Feld nur genau eine Koordinate ändert, x1 quer und hier x1 und das x2 muss gleich bleiben. Wenn wir von 0,1 auf 1,0 gehen würden, dann würden sich x1 und x2 ändern und dementsprechend diese Min-Therme, die in diesen Feldern beschrieben würden, nicht mehr benachbart sein. So, und der Rest kommt hier hin, hier kommt noch die 1,0 hin, dann haben wir von da nach da auch wieder nur eine Änderung in einer Stelle. Entsprechend ist auf der y-Achse 0,0, 0,1, 1,0 und 1,1 und jetzt können wir für unsere Funktion mal die entsprechenden Min-Therme in dieser Tabelle markieren. Ja, das ist auszusehen mit der Wahrheitstabelle. Wir schauen uns jetzt alle Min-Therme an. Gucken Sie nach rechts oben. Dort haben wir zunächst mal den Min-Therm Nummer 3 stehen. Und der Min-Therm Nummer 3 ist gekennzeichnet durch die Koordinaten 0,0, 1,1. Wir fangen an mit x1, x2, also x1, x2, x3, x4, 0,0, 1,1. Wo findet sich das? Wir haben hier also oben 0,0, unten 1,1 und dort müssen wir die entsprechenden den entsprechenden Min-Therm einfüllen. Und jetzt machen wir eine vereinfachte Darstellung genau von diesem Min-Therm. Was macht der Min-Therm denn in unserer Funktion? Ja, der liefert uns eine 1 im Ergebnis. Also anstatt den ganzen Min-Therm hinzuschreiben, schreiben wir einfach nur die 1 hin, die uns der Min-Therm ergibt. Dann werden wir weitermachen mit dem Min-Therm Nummer 4. Der Min-Therm Nummer 4 hat die Belegung 0,1, 0,0. Also gehen wir hier oben hin, 0,1. 0,0. Dort liefert der Min-Therm 4 genau diese 1. Dann haben wir den Min-Therm Nummer 5. 5 hat die Belegung 0,1, 0,1. Also hier oben 0,1, 0,1. Dort kommt der 5er hin. Dann haben wir die 6, die ist 0,1, 1, 0. 0,1, 1, 0. Selbe Spalte kommt hier hin. Dann haben wir 7, 0,1, 1, 1, 0,1, 1, 0,1, 1, 1. Und jetzt gehen wir zur rechten Spalte rüber. Dort haben wir als nächstes den Min-Therm M11 stehen. Der liefert eine 1 für die Belegung 1, 0,1, 1. Also 1, 0, 1, 1. Hier unten rechts. Jetzt habe ich hier genau einen Fehler gemacht. Jetzt entschuldigen Sie mal bitte. Hier muss nämlich 1, 0, 1, 1 stehen. Genau das, was nicht passieren sollte. Nämlich Änderung von zwei Variablen von Feld zu Feld. Das ist hier passiert. Also müssen wir kurz hier eine Korrektur nochmal machen. Wir gucken uns nochmal an. Dort hatten wir hinten das Feld 3, 0, 0, 1, 1. Also 0, 0, 1, 1. Hier gehört es hin. Und dann hatten wir das Feld 11, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Gehört hier hin. Und dann bleibt uns noch das Feld Nummer 13. Das ist bei 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Liefert uns die 1 genau hier. So, das ist also die Koordinatendarstellung in einem Kano-Diagramm der Einsmenge unserer gesuchten Schaltfunktion f. Und die wollen wir jetzt mit Hilfe des grafischen Verfahrens minimieren, indem wir jetzt eine Kernprim-Block-Überdeckung von unserer Einsmenge, also aller der hier vertretenen Einsen suchen. Was in der Schaltfunktion jetzt noch drin ist, was ich noch nicht markiert habe, das sind natürlich die Nullen in dem Output. Jetzt können Sie natürlich sagen, alles, was ich dort oben nicht hingeschrieben habe, müssen ja die Nullen sein. Wir werden aber später feststellen, dass das ein bisschen gefährlich sein kann, weil wir noch die sogenannten Don't Cares, also Logikwerte, die uns nicht interessieren, kennenlernen werden. Und deswegen ist es immer besser, die Nullen an den Stellen auch noch hinzuschreiben, wo Sie ausdrücklich in der Wahrheitstabelle auftreten, auch wenn uns das für diesen Fall zunächst keine neue Information gibt. Sicher ist sicher, das vermeidet aber Fehler später, insbesondere in den Prüfungen. So, wir werden jetzt versuchen, die Einsmenge mit Kernprim-Blöcken zu überdecken. Das heißt Blöcken, die sich nicht mehr erweitern lassen durch Spiegelung auf gleich große Blöcke entlang einer gemeinsamen Spiegelachse. Und das Verfahren dazu ist eigentlich ganz einfach. Wir fangen mit den größtmöglichen Blöcken an und versuchen, diese größtmöglichen Blöcke dann so zu verwenden, dass wir die Einsmenge komplett überdecken. Also, was ist denn der größtmögliche Block, den wir hier oben markieren können? Wir suchen rechteckige oder quadratische Blöcke mit einer Zweierpotenz von Feldern, also 1, 2, 4, 8 oder 16 Feldern. Fangen wir an mit den größten Blöcken. Da sehen wir zum Beispiel diese Spalte hier. Diese Spalte hier, bestehend aus insgesamt vier Feldern. Die können wir mal markieren. Und damit haben wir einen Block gefunden, der sich nicht mehr durch Spiegeln nach rechts oder links oder über die Kanten abbilden lässt auf einen Block gleicher Größe. Hier nach rechts haben wir keinen Block, der nur noch Einsen enthält. Und hier auf der linken Seite haben wir auch keinen Block, der nur noch Einsen enthält. Das heißt, spiegeln können wir nur auf Blöcke, die die gleiche Anzahl von Einsen in derselben Konfiguration enthalten, was in diesem Fall nicht mehr gegeben ist. Und fangen wir weiter an und machen wir weiter mit den nächsten Blöcken. Den nächsten markieren wir mal zum Beispiel in grün. Da sehen wir zum Beispiel hier einen Block, zwei benachbarte Einsen, die wir gruppieren können. Und hier sehen wir, dass wir ein Feld wiederverwendet haben. Machen wir mit der nächsten Farbe weiter. Zum Beispiel blau. Dort sehen wir, dass wir hier zwei benachbarte Einsen hier zwei benachbarte Einsen haben. Und dann nehmen wir doch nochmal rot. So, was machen wir jetzt mit dieser Eins hier? Diese Eins hier scheint auch im ersten Blick frei zu stehen. Aber Sie müssen bedenken, dass wir jetzt eine periodische Tabelle ja nur in einer Ausschnittfunktion gezeigt haben. Was wir eigentlich machen müssen ist, diese Eins hier, die steht ja eigentlich periodisch fortgeschrieben nochmal hier auf der rechten Seite. Das heißt, Sie müssten eigentlich diese beiden Einsen hier einkreisen. Aber die Periodizität der Tabelle bedingt, dass wir praktisch hier über den Rand der Tabelle fortsetzen und auf der anderen Seite wieder fortführen können. So, was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben die Einsmenge überdeckt mit sogenannten Primblöcken. Primblöcke sind Blöcke, die sich also nicht mehr durchspiegeln auf andere Primblöcke gleicher Größe, die nur Einsen enthalten, abbilden lassen. Also es gibt keinen Block, der nach rechts, links oben oder nach unten gespiegelt werden kann, entlang einer gemeinsamen Spiegelachse auf einen anderen Block gleicher Konfiguration. Also sind alle unsere Blöcke, die wir markiert haben, Primblöcke. Jetzt ist aber die Frage, sind es denn noch Kernprimblöcke? Ein Kernprimblock ist ja ein Block, ein Primblock, der nicht von anderen Primblöcken vollständig überdeckt ist. Und jetzt schauen wir mal, für welche das gilt und für welche das nicht gilt. Ich empfehle Ihnen, das mithilfe einer zahlenmäßigen Durchnummerierung dieser Felder zu kennzeichnen. Suchen Sie mal jetzt in jedem Block nach einer persönlichen Eins. Das heißt also einem Feld, einem Minterm, was nur dieser eine Block abdeckt, aber von keinem anderen Block abgedeckt wird. Dann schauen wir mal hier, wir nehmen mal unser langes, rotes Feld hier und schreiben mal hier oben eine Eins rein. Das ist unser Primblock Nummer Eins. Und wenn dieser Primblock Nummer Eins ein privates Feld hat, dann ist es gleichzeitig auch ein Kernprimblock. Dann nehmen wir unser grünes Feld her. Das grüne Feld mit der Nummer Zwei. Das hat auch eine private Eins, korrespondierend zu einem Minterm, der nur zu diesem Primblock gehört. Also auch das ist ein Kernprimblock. Dann nehmen wir das zweite rote Feld. Das markieren wir mit der Nummer Drei. Das hat hier eine persönliche Eins, die von keinem anderen Primblock überdeckt wird. Also ist auch dieses zweite rote Feld ein Kernprimblock. Jetzt kommen wir zu dem blauen, der sich hier noch versteckt hat. Wie sieht es mit dem aus? Das ist offensichtlich ein Primblock, denn er lässt sich nicht mehr durch Spiegeln auf ein Feld mit zwei Elementen gleicher Konfiguration, also Spiegel nach unten, nach oben oder nach rechts und nach links, entlang einer der Spiegelachsen entlang der Kanten dieses Blocks. Abbilden. Primblock gegeben. Aber es ist kein Kernprimblock. Wenn er ein Kernprimblock wäre, dann hätte er mindestens eine private Eins. Das heißt, dieser Block ist bereits von anderen Kernprimblöcken komplett überdeckt. Das bedeutet, das ist ein redundanter Block, den können wir herausnehmen. Er liefert uns keine neue Information. Und mit diesen drei Kernprimblöcken können wir jetzt eine logische Funktion aufschreiben. Wir werden jetzt korrespondieren zu dem, was wir auf mühsamem Wege in den letzten Folien gemacht haben, mal versuchen, die Kernprimimplikanten aus diesen Kernprimblöcken abzulesen und in einer Oder-Verknüpfung aufzuschreiben. Und mit diesem Ergebnis kommen wir dann zur disjunktiven Minimalform der gesuchten Schaltfunktion. Also, wie sieht die disjunktive Minimalform aus? Disjunktive Minimalform in Klammern DMF ist keine kanonische Form mehr, sondern eine Minimalform, aber bestehend aus konjunktiven Fundamentaltermen, die zu einer disjunktiven Form zusammengeschaltet werden. also diese Y-Funktion, Y in disjunktiver Minimalform, ergibt sich jetzt als Oder-Verknüpfung von den Kernprimimplikanten, die zu diesen Kernprimblöcken gehören. Und da fangen wir an mit unserem Block Nummer 1. Wie sieht der Kernprimimplikant aus, der zu diesem großen Kernprimblock gehört? Überlegen wir uns nochmal, was mussten wir denn rauswerfen? Wir hatten vorher sukzessive diese beiden Nachbarschaften definiert, also die oberen beiden und die unteren beiden und die dann entlang dieser Spiegelachse hier nochmal aufeinander geklappt, sodass wir diesen Viererblock bekommen haben. Und rausfliegen aus einem solchen Block tun immer die Variablen, die sich innerhalb des Blocks ändern. Es bleiben in dem Kernimplikanten nur diejenigen Variablen über, also die Konjunktion, die Unverknüpfung derjenigen Variablen, die sich über den ganzen Block nicht ändern. Jetzt schauen wir mal her, was ändert sich denn nicht? Es ändert sich nicht x1 und x2. Dieser ganze Block, der bezieht sich auf Min-Terme, in denen wir die Belegung x1 quer x2 haben. Das gilt für alle vier Terme, die hier verbaut sind. Bei x3, x4 sieht es so aus, dass x3, x4 sowohl Nullen als auch Einsen enthält und x4 ebenfalls Nullen und Einsen enthält. Das heißt, im Verlauf dieses Blocks ändern sich x3 und x4. Das heißt, das sind die jeweiligen Nachbarschaften definierenden Variablen, die rausfliegen aus dem Kernprimimplikanten. Also unser Kernprimimplikant Nummer 1, der lautet einfach die konjunktive Form zu diesen Belegungen von x1 und x2. Also das ist nichts anderes als x1 quer x2. Also das gehört zu unserem Block Nummer 1. So, dann geht es weiter mit unserem Block Nummer 2. Der Block Nummer 2, der grüne hier, der verbindet diese beiden Felder 0,1 0,1 und 1,1 0,1 und wir müssen jetzt schauen, welche Variablen bleiben konstant in diesem Block und welche ändern sich? Schauen wir erstmal zu x3, x4. x3 und x4 ändern sich über diesen Block hier nicht. Diese Belegungen, die x3 und x4 haben müssen für diesen Block, sind in beiden Fällen 0 und 1. x3, x4 gehören also zu dem Kernprimimplikanten dazu. Schauen wir oben über dieses Feld, was ändert sich an x1 und x2? Da sehen wir x1 ist hier 0 und da 1. Also hier ist x1 quer in den korrespondierenden Min-Term vertreten hier x1 und das ist die Nachbarschaft definierende Variable, die fliegt raus. Das heißt, wir haben hier die Belegung 1 für x2, das heißt, hier steht x2 und hier die Belegung x3 x4 mit 0 1 steht also für x3 quer x4. Das war der Block Nummer 2 und last but not least unser Block Nummer 3 auch nochmal in rot hier. Wie sieht es mit dem aus? Was sind die Variablen, die konstant bleiben? Das sind die, die in dieser Zeile stehen. Von diesem Feld zu diesem Feld einmal hinten über die Kante rüber sind x3 und x4 konstant mit 1 und 1 und wie sieht es mit x1 und x2 aus? Hier haben wir x1 ändert sich von 0 auf 1 in diesem Block x2 bleibt konstant mit 0. Das bedeutet x1 fällt raus und es bleibt der Term x2 quer x3 x4 so wenn wir uns dieses Ergebnis mal anschauen und mal vergleichen mit dem was wir aus unserem grafischen Verfahren abgeleitet hatten dann stellen wir fest das war hoffentlich wenn ich jetzt keine Fehler gemacht habe es passt genau dieselbe Funktion abgeleitet haben die ursprüngliche Form der grafischen Tabelle herausbekommen haben also x1 quer x2 x2 x3 quer x4 sowie x2 quer x3 x4 dahinter steht natürlich nichts anderes als eine vereinfachte grafische Darstellung von genau diesem Verfahren wo wir zunächst mal von den originalen Min-Termen in der zweidimensionalen Darstellung ausgegangen waren so das ist das ganze Geheimnis hinter dem Kano-Vitsch Verfahren Sie finden teilweise für dieses Kano-Vitsch Verfahren ganz unterschiedliche Formen der Koordinatendarstellung und in der Literatur gibt es wie gesagt keine einheitliche Darstellung kann sein dass Sie aus Ihrer früheren Ausbildung andere Darstellungen finden die Fragestellung wie bei diesem Kano-Diagramm hier die Achsen beschriftet sind ist das in den numerischen Koordinaten oder sind x1 x2 mit x1 x2 quer und so weiter beschriftet logisch ist das alles identisch Sie können gerne rechnen mit den Verfahren die Ihnen am meisten vertraut sind was die grafische Darstellung betrifft von der Konsequenz der Schaltungsfunktion die Sie herausbekommen werden Sie in jedem Fall identische Ergebnisse erzielen Ich empfehle Ihnen aber auf jeden Fall mit der von mir verwendeten Notation hier einfach vertraut zu sein denn das ist es was Sie in den Prüfungen später wiederfinden werden und damit sollten Sie auch umgehen können So also das Minimierungsverfahren nach Carnot und Vietsch Was hatten wir gemacht Wir haben die Wahrheitstabelle zur minimierenden Funktion in das GV Diagramm übertragen das heißt alle Einsen an den entsprechenden Koordinaten Positionen markiert Wir haben eine Menge von Kernprim Blöcken bestimmt die die Eins Menge von F also die vertretenen Min Terme komplett überdeckt und am Ende eine disjunktive Minimalform von F durch oder Verknüpfung der korrespondierenden Kernprim Implikanten bestimmt Hier nochmal unserem Beispiel was wir gerade gesehen haben wichtig ist dass Sie Kernprim Blöcke finden und Kernprim Blöcke heißt es dürfen keine Prim Blöcke vorhanden sein die bereits durch andere Prim Blöcke komplett überdeckt sind wie ich gerade gezeigt hatte und das erreichen Sie immer dadurch indem Sie jeden einzelnen Block absuchen ob er mindestens eine private 1 enthält markieren Sie diese private 1 mit einer Nummer in beliebiger Reihenfolge und wenn Sie keine solche private 1 finden schmeißen Sie den Block raus denn er ist in diesem Fall redundant und kein Kernprim Block jetzt finden Sie noch im Vorlesung Skript eine Checkliste für KV Diagramme diese Checkliste für KV Diagramme empfehle ich Ihnen immer sauber durchzugehen am besten halten Sie sie bei Ihren Übungen bereit und nehmen Sie auch eine Kopie davon mit der in der Klausur mit dass Sie hier keine Fehler machen Checkliste die erfüllt sein muss für das Kano Verfahren ist dass jede eins in der disjunktiven Darstellung in mindestens einem Block enthalten sein muss kein Block darf eine Null enthalten jeder Block muss rechteckig oder quadratisch sein unter Berücksichtigung der Periodizität der Tabelle also hier haben wir sozusagen Block der Nummer 3 der geht über die Tabellengrenzen hinweg aber wenn Sie sozusagen hinten wieder zusammenführen würden an der Schnittkante dann erhalten Sie einen rechteckigen Block bestehend aus zwei Elementen jeder Block muss eine Zweierpotenz von Feldern umfassen darf nichts ungerades drin sein jeder Block muss ein Primblock sein das heißt er darf sich nicht weiter zusammenfassen lassen über irgendwelche Spiegelkanten und es muss sichergestellt sein dass jeder Primblock ein Kern Primblock enthält das heißt also mindestens eine 1 die nur zu diesem Block für diesen Block zuständig ist so mit der Darstellung von dem Kano-Verfahren wäre ich also heute am Ende der Vorlesung angelangt wir werden im Folgenden dieses Verfahren noch weiter üben ich habe Ihnen zunächst mal das Kano-Verfahren am Beispiel der disjunktiven Minimalform gezeigt wir werden aber feststellen dass sich das ohne weiteres auch indem wir von den Einsen auf die Nullen übergehen auch in die konjunktive Form bringen lässt das heißt ob Sie eine konjunktive Minimalform oder eine disjunktive Form erstellen ist am Ende völlig egal nur müssen Sie bei der konjunktiven Form Literale im Vergleich zur disjunktiven Form achten das werden wir noch häufig üben und dafür möchte ich es für heute beenden lassen danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit wir sehen uns in einer Viertelstunde nochmal kurz in einer Webkonferenz den Link finden Sie auf Relax bis dahin Tschüss und wir sehen uns auf Aufmerksamkeit und